Ich bin fröhlich. Seid ihr fröhlich? Nein? Dann füge ich jetzt was Fröhliches ein! Na? Na? Seid ihr jetzt fröhlich? Ja, das ist eine super Voraussetzung für das, was wir jetzt vorhaben. Wir haben ja diese Route da unten im letzten Part gemacht. Jetzt ist alles bereit für den Pyroberg. Und mir ist das jetzt erst aufgefallen. Und sorry, wegen letztens, dass ich da den Sound selber einfügen musste. Aber irgendwie hat da die X-Story, mit dem ich das jetzt alles aufnehme, irgendwie entschieden, nee, den Sound von den Kopfhörern, die benutze ich jetzt nicht. Nee, warum denn auch? Naja, aber kann man nichts machen. Hoffentlich passt jetzt halt. Ich habe auch extra nachgesehen. Und ja, Pyroberg. Ja, ja. Ah, die Musik. Ja, ja. Der Friedhof von Höhn. Friedhof. Timer starten. Das heißt Friedhof. Hallo. Bist du hier, um den verstorbenen Pokémon deinen Respekt zu zollen? Du musst immer sehr fürsorglich zu deinem Pokémon sein. Das brauchst du mir nicht sagen. Das brauchst du mir nicht sagen. Ist letztens jemand K.O. gegangen? Ach ja. Und im letzten Part, da wollte er unbedingt ein gewisses NATO in unser Team. Und seitdem ist O.S. im Team. Ich frage mich nur, irgendwie wirkt das jetzt so gelb auf mich? Hoffentlich ist das keine Einstellung oder irgendwie sowas. Naja, das O.S. Line ist jetzt hier. Schnelles Aufwachen, Frühwecker, Sacht. Und ja, ich habe es ein Level trainiert. Es hätte sich entwickelt, aber ich möchte ja die Entwicklungen hier haben in diesem Let's Play. Also im Let's Play drinnen und nicht Offscreen. Ja, E.P. Teile hast du und Aeroas habe ich beigebracht. Es ist Ihnen. Ihnen das O.S. Line. Ja, ja. Das arme, süße NATO. Das werden wir heute nicht so lange zu sehen bekommen. Das wollte ich sagen. Hier ruht mein Schichtsaß. Ich habe es wirklich sehr gelebt. Mann. Irgendwie. Ja, ja. Warum muss super Voraussetzungen mit dem Ganzen fröhlich sein? Auf dem Faden des Pyrobergs greucht und fleucht alles Mögliche. Niemand kann sagen, was passieren wird. Dies ist für dich. Es wird dir helfen. Schutzband. Oh mein Gott, was hat das zu bedeuten? Jetzt... Jetzt muss ich irgendwie an... 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 anaddenkenden Anime. An die Random... Das ist irgendwie so wie... Final Destination. So ist der Film, oder? Die Filmeserie da, wo einfach nur gekillt wird. So random gekillt. Oh, die Musik. Die Musik. Ne, ne, ne. Ich möchte den Pyroberg, den Friedhof erkunden. Ja, ja. Da muss ich jetzt irgendwie... Es kann alles passieren. Und so random... Tode werden jetzt auftauchen, ja. Ja, ich... ich stolpe und schlitze mich mit dem Schirm auf. So wird's dann aussehen. Na, die Erinnerungen an meinen Liebling, Eneko. Ich könnte weinen. Mann. Aber das... Warum... Warum muss ich heute extra fröhlich sein? Für dies. Ey, suchst du nach Pokémon? Du bist mir hinterhergeschlichen, Fäßling. Ja, der... 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 Okay. Ich... Meine Vermutung. Einspruch! Mark... Mark Evans möchte kämpfen. Oh, Juta... Ist jetzt nicht so optimal. Oh, seht euch die Level an. Naja, Hitzekoller könnte dich eventuell killen. Ja, killen. Da sind wir ja eben richtig. Nein, meine Vermutung. Du bist hier, um Graber... Ja, Graber. Nicht Gräber. Graber zu schänden, ja. Das ist meine Vermutung. Wenn du sowas sagst... Na? Ich bin nur hier, um dich zu beobachten. Weil ich bin... in der Polizei oder irgendwie sowas. Sicherheit. Oh wei, oh wei. Oh, er möchte ein Oh-Wei-Ausgaben. Tut mir leid. Entschuldige bitte. Nein, nein, nein. Das kannst du dir woanders entschieben. Du wirst jetzt abgeführt. Du perversling. Und warum kämpfen wir eigentlich im Friedhof drinnen? Das ist... Das ist so irritierend. Hallo. Euch muss man ja ansprechen. Dann kämpft er gegen uns. Ja, ich bin hier, um mit meinem Freund eine Mutprobe zu bestehen. Es ist unheimlich hier, aber zusammen mit meinem Freund ist es schon okay. Ich hab's. Mein Freund soll zeigen, wie cool er ist, indem er dich besiegt. Irgendwie sind die Leute hier gaga. Ich glaub zwar nicht an Ina und Life, denn... Nein. Ich glaub zwar jetzt nicht so an ein Leben nach dem Tod oder irgendwie sowas. Generell... Warum hast du so geglitzert? Warum hast du so geglitzert, mein Ohslein? Aber dich schicken wir sofort raus, wenn da so ein... Ein Volten so da steht. Naja. Äh... Ja. Ich... Obwohl... Nein, das wär jetzt... Das war jetzt schlecht gemacht. Juta soll eingreifen und... Ja, Hitzekoller. Einfach dieses... Ja, das... Das sollte schon reichen. Aber... Aber ich wechsel trotzdem aus. Naja. Äh... Was hab ich gesagt? Ja. Hab ich das nicht schon einmal erklärt, wie ich dazu stehe? Wahrscheinlich im Pokémon Blau, als wir da in diesem jenen Turm waren. Aber ich sag's noch einmal, ich glaub' dir jetzt nicht wirklich dran. Irgendwie... Naja, Glauben... Aber ich hefte mich nicht so dran. Also wenn man jetzt irgendwie zum Grab geht und dann mit den Verstorbenen redet... Das... An das glaub' ich nicht wirklich. Das... Dass man irgendwie auch beten muss oder ans Grab gehen muss, dass man mit den Leuten dann reden kann... Man weiß sowieso nicht. Man kann das auch nicht beweisen, dass die... Dass das überhaupt geht. Dass die... Dass die im Himmel oder wo auch immer die dann landen. Die Verstorbenen. Dass die einen verstehen, wenn man mit denen redet. Das ist sowieso... Kann man nix beweisen oder sowas. Man kann's trotzdem machen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, also lass diesen Scheiß. Ich glaub zwar dann dran nicht, aber wenn... Aber wenn ihr so was machen... Beide sind verknallt. Beide sind verknallt, ja. Äh... Ja. Zum Beispiel meine Mutter, die macht das. Also die glaubt da immer so... So Himmel und meine Schwester, die ja verstorben ist, die ist da oben und... Die schaut uns zu und alles. Äh... Das glaub' ich hab' ich schon mal angesprochen. Das würd' ich eher als creepy empfinden. Wenn mich da jemand dauernd die... Die ganze Zeit beobachtet. Naja, aber daran glaub' ich eher nicht. Was nach dem Tod, nach dem Tod passiert, so gesehen... Das... Wird man herausfinden, wenn's zu weit ist. Deswegen zerbrech' ich mir auch nicht wirklich den Kopf darüber. Ja, das wollt' ich nur angesprochen haben. So steh' ich halt dazu. Ich bin jetzt keiner, wie gesagt, der sagt, lass den Scheiß, das bringt sowieso nix. Wenn man daran glaubt, dann gut. Dann sollte man das auch machen. Aber... Ja... Äh... Ich hab' Angst. Ja, irgendwie sind... Aber wieder zurück zu diesen crazy people hier, die einfach da... Kämpfen, was ich eigentlich ursprünglich ansprechen wollte. Die sind ineinander verliebt, daher stört uns seine Niederlage nicht. Und wir sind hier einfach in einem Friedhof... Und kämpfen. Und... Sagen wir sind verknallt. Und wahrscheinlich in der Nacht... Treiben wir's in dieser Ecke. Was sagst du dazu? Wir haben verloren, aber das macht nicht, solange ich nur bei ihr bin. Wir werden diese Mutprobe bestehen. Was heißt Mutprobe? Naja, was ich eigentlich damit aussagen wollte. Au, au, au. Der Boden hat einige Stellenlöcher und so. Ich hab' das nicht gesehen und bin ins untere Stockwerk gefallen. Autsch. Aua, aua. Eigentlich ein perfekter Ort für so welche Löcher. Weil dann kann man gleich ein Grab schaffeln und so. Aber auch irgendwie... Irgendwie haben die da besondere Gelenke, die ganzen Menschen aus Höhen. In der Pokémon-Welt, weil wir sind ja keine Höhenianer, sondern Jotianer. Hahahaha! Das ist kein Platz für ein Kleines! Ich muss ein Scheißer mit dich! Ja! 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 Sie hat ein Scheißer gesagt! Oh mein Gott! Nee, nee, nee! Wahrscheinlich haben sie das geändert in... Gamilla! Kami! Oh nein! Unser Kamaupp möchte kämpfen! Ja! Wahrscheinlich haben sie das im Remake dann geändert. Naja! Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ich glaub zwar an diesen ganzen Kram da nicht und Friedhof und so bla bla, dass das... Ja! Nee! Nee, nee, nee! Da glaub ich nicht dran! Aber es ist trotzdem, find ich halt, trotzdem einfach nur falsch, so was zu machen! So Kämpfe oder so... Und... Das find ich trotzdem falsch! Auch wenn ich daran nicht glaube, weil das ist sicher auch Respekt bloß gegenüber denen, die daran glauben und so was. Deswegen... Wir haben Kami besiegt! Oh, ich hab ihr in die Hose gemacht! Was ist mit den ganzen Leuten hier? Die sind... An sowas denkt man als Kind wahrscheinlich nicht, wenn man das durchspielt. Aber... Jetzt... Sind die alle bekloppt gewesen bei diesen Textschreiben oder was? Mein Training reicht also nicht aus! Ich muss mein Training auf die Spitze treiben! Ich darf keine Zeit verlieren! Hm... Ich bin doof! Naja... Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat mein psychischer Kräfte gestärkt! Ein kleines Kind wie du! Du willst gewinnen? Treu weiter! Ich weiß immer noch nicht, warum wir da kämpfen müssen! Wulff! Wulff! Jetzt muss ich mir irgendwie vorstellen... Mit'n Draschler! Das könnte schon längst ein Gardevoir sein! Naja... Ich kann mir jetzt vorstellen... Ich möchte eigentlich da jetzt nicht kämpfen! Ich habe keine Ahnung, warum ich da irgendwas räuspern dauernd muss und so... Hüsten! Hüsten! Ähm... Wann? Hüsten! Oh, es entwickelt sich unser Oos! Hüsten! 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 Es! Und ich habe mir gestern Pandora Hearts zu Ende geschaut! Nur zur Infogestern! Für euch vor drei Tagen war es wahrscheinlich... Ja! Oswald Topshu und so! Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie was verpasst! Irgendeine Attacke! Dann muss ich halt wieder zu den Attacken. Erlener da... ...kommen und so! Naja! Meine psychische Kräfte sind wirklich anders! Werksusclerer geworden ist! Hü! Ihr seid sowieso alle bekloppt, wenn ihr erstens mal... Und so ein Karate-Fuit auch hier, oder was? Obwohl, das ist nicht so gut mit Yuta hier. Mein Lehrer, bitte achtet auf meine Fortschritte! Oh man, die sind wirklich alle durchgeknallt. Wahrscheinlich ist sein Lehrer gestorben und der ist jetzt so... Hiroshi ist jetzt sowas von bekloppt geworden, weil er... Und dann glaubt er jetzt, er muss hier sein und Kämpfe bestreiten. Und er glaubt, der Lehrer beobachtet ihn und so. Und er klammert sich so daran, Lehrer, hab ich das jetzt gut gemacht oder nicht? Ja, so sieht's aus. Ja, oh, oh, passt doch perfekt. Dann werden wir mal diesen Psycho, der ein Karate-Freak ist, zeigen, was er drauf hat. Irgendwie klitzert's los. Irgendwie klitzert's so. Irgendwie irritiert mich das. Naja, Geheim-Power, echt mega! So, jetzt hab ich aber Zeit... Du, was machst du? Jetzt hab ich aber Zeit, echt anzusprechen, ne? Ich hab mir jetzt vorher... Jetzt ist es schon 5 Uhr, also 17 Uhr so... Und ja, ich hab mir davor wieder mein Top-20-Video angesehen, meins selber, von Pokémon Blau, meine Soundtracks und so. Und das war eigentlich doch sehr schön, find ich. Ähm, so. Das war sehr schön. Weil ich hab ja die Top-20 da ja auch so gestalten, dass es so ne Art Rückblende ist auf mein Let's Play. Und... Es war wirklich schön, die ganzen Momente noch mal zu sehen. Naja, die ganzen nicht, aber ein paar Ausschnitte davon. Und da war... Es war doch... Ich vermisse es. ...als die Nummer 2 aufgetaucht ist. Was ist die Nummer 2? Schaut euch das Video an. Das werde ich auch unten verlinken. Haha, überhaupt keine Werbung mach ich da. Naja. Okay, wer kommt jetzt noch? Ah, Riyama! Ja, das war doch schön. Weil das ist auch ein... ...besonderer Moment gewesen. Die Nummer 2, der Soundtrack zugesehen. Oder... Die Szene, die dieser Soundtrack untermalt, überwurft. Du kannst mich mal einschalten. Hahaha. Naja. Und deswegen war ich doch ein bisschen fröhlich. Auch das... ...ein oder andere Video von Pokémon Blau hab ich mir auch noch angesehen. Ja, ja. Ach ja. Ich glaub ich hab mir das angesehen, weil... ...gest... ...da... Nein, nicht gestern. Ich weiß nicht. Gestern oder vorgestern... Da... ...ha... ...habt ihr... ...oder... ...andere random Typis... ...so viel von meinen Videos gesehen. Die Aufrufe... ...zwar... ...irgendwie 150 Aufrufe und Wiedergabezeit... ...über 400... ...an einem Tag. Das ist für meine Verhältnisse sauviel. Und da hab ich mich doch gewundert machen. Oh. Deswegen... Ich schau da auch immer drauf und deswegen... ...bin ich auch glücklich, wenn es mal so ausschaut, dass einer... ...mal so fünf Video... ...ä... ...fünf Video... ...einer so fünf Minuten gesehen hat. Das macht mich auch fröhlich. Mein Lehrer! Bitte verzeiht mir! Okay. Wie gesagt, die sind alle gaga. Wenn ich nicht besser werde... ...wird mein Lehrer... ...der hier ruht, keine Ruhe finden. Da hab ich doch gesagt. Der ist schon so gaga im Kopf. Äh... ...ich glaub, das ist... ...ist das der richtige Weg? Schatz wirkt nicht mehr. Ab jetzt! Final Destination Another! Beides zusammen fusioniert und so. Ja, das wird passieren. Hmhm... Naja... ...wo gelangen wir hier hin? Weil ich möchte hier einfach nur mal... Ich mag kuselige, wache Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin... ...stehen mir die Haare zu Berge. Irgendwie... Irgendwie fühle ich mich da rein... ...in die Charaktere. Ich werde auch schon langsam gaga. Deswegen muss ich so eine Hand... Pandora-Harx! Oos! Ich schicke dich jetzt hinein... ...in dieses Spiel! Und dann werden wir... ...Flash... ...Mindback... ...erleben! Pandora möchte kämpfen! Das ist das Perfekte, wenn ich jetzt Oos reinschicke! Ha 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 ha! Ja, nein! Ja, hallo, wie geht's noch so? Kadabra! Das ist auch nicht so gut, wenn ich Kadabra... Aber naja, ich muss Oos hier reinschicken. Gegen Pandora, das geht einfach nicht daran. Also, Oos, Pandora... ...hat da doch dann zusammengearbeitet. Ich möchte aber nicht zumindest über den Anime rennen. Naja, mal schauen. Und wie viel sieht es ab? Joa, kann sich sehen lassen. Alter, ist... Joa... Die Verteidigung ist schlecht von Kadabra, aber... ...das... ...woa, das kann sich sehen lassen. Los, töte Pandora! Oos! Mir! So sieht's raus. Hexe Pandora besiegt! Ich esse Niederlagen! Nee! 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 Ich will ohne irgendwelche Dinge sehen! Ich kann nicht weggehen! Muss bleiben! Willst du nicht bei mir bleiben? Wollt ihr nicht bei mir bleiben? Hm? Okay, ich glaub, dieser Ohr tut mir nicht gut. So gaga wie die sind alle. Hallo, du, bist du auch so... Wenn ich hier bin, dann... ...durchstammt mich eine seltsame Macht! Okay. Okay! Also, wenn ich so rede, dann muss ich wirklich auch mit den... Man hat's jetzt nicht gesehen, weil das unterhalb war. Ich hab da irgendwie so... ...gemacht! Tabitha! Zubiris! Es gibt nur ein weibliches Zubiris hier auf dieser Welt. Nämlich... ...Lokifor! Die jetzt gerade nicht da ist. Klut es Nieder Mogelheap! Oh mein Gott! Wahrscheinlich hat sie... ...den Part vor zwei Folgen... ...gesehen. Ja. Ja. Weil das war... ...war das Motto des Parts. Mogelheap! Okay, nur zwei Mal. Jetzt hätte ich mir gedacht... Yeah, ich darf fünf Runden dieser... ...zusehen, ja? Jota, gut gemacht! Oh, sie erhält Erfahrungspunkte! Und wie macht ihr... ...wiese... ...ab! Okay. Okay, wenn du meinst. Die Geister hier... ...oder, ach, oh, an den Pokémon... ...erfülle mich... ...mit ihrer Macht! Wie gesagt, die sind alle gaga. Ich hab das auch nicht in Erinnerung, dass die alle so gaga sind hier. Ist das Spukball? Ist das Spukball? Das würde ja auch passen hier. Das möchte ich jetzt doch in der Nase sehen. Ach ja, Eis... Eis-Sauger muss ich auch jemandem beibringen. Der Eis-Sauger, die neueste Attacke. Nur hier. Okay. Okay, jetzt haben wir... Oh. Ist das Lachsrauch? Was kann Lachsrauch? Mal schauen. Mal schauen. Ist das... Hat das eine tiefere Bedeutung jetzt, dass da ein Lachsrauch ist oder sowas? Und... ...senkt Genauigkeit. Lachsrauch. Da kann man... Senkt Genauigkeit, da kann so ein Rauch... ...kann dich verwirren und... Du triffst nicht mehr so gut. Und es war vor diesem Grab, das so heraussticht. Man kann es aber nicht anglicksen. Aber... Ist eh mit Dalgato alles? Ist eh alles... Ach, wo muss ich jetzt hin? Ja. Vielleicht ist dieser jemand gestorben. Ah, jetzt muss ich ernsthaft wieder... Da ist schon wieder sowas. Jaja. Der ist gestorben, als er zu viel geraucht hat. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was das andere Item ist. Ja. Ich interpretiere jetzt einfach sowas hinein. Weil ich es kann. Naja. Eigentlich wollte ich das jetzt wieder rausschneiden. Aber ich bin jetzt schon so weit. Deswegen spreche ich mal. Ja. Habe ich schon angesprochen, warum ich so fröhlich bin. Wäre fröhlich jetzt irgendwie auch nicht mehr so fröhlich. Nach diesen ganzen Psychos, die ich hier begegnet bin. Naja. Ich kann auch sagen, heute... Oder ich bin schon da. Ja. Oh, was wollte er denn sagen? Und? Seerauch. Was kann Seerauch? Schon wieder was rauchen. Was rauchhaftiges. Hat der... Verstärkt Wasserattacken. Vielleicht ist er auf dem Schiffsrack umgekommen, als das Schiff untergegangen ist und Feuer gefangen hat ein bisschen und Rauch auf dem See, auf dem Meer so gesehen, auf Wasser. Denkt darüber nach, Leute. Das ist alles hier von tiefer Bedeutung. Das ist nicht zum Lachen. Hallo, ich habe mir gerade auch ein paar Beine gebrochen. Aber wir anscheinend hier in der Pokémon-Welt haben Gelenke und Knochen aus Stahl. Wir sind alle Stahl-Pokémon. Mein Flash. Mein Freak. Chris Angel. Ja. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich habe es früher doch gern angesehen, aber... Ja. So wie alles andere im TV habe ich mir sowas lange nicht mehr angesehen, weil ich schaue seit längerem nicht mehr sowas im Fernsehen. Ich schaue kein Fernsehen mehr. Okay, 21 Minuten sind schon. Okay. Wahrscheinlich sind hier auch überall versteckte Items. Das schaut nach versteckten Items aus. War es nicht. Oh, ein arangener Grabstein war da. Ach ja. Aber das hat was, dieser Friedhof. Das hat was. Ja, mal abgesehen von den ganzen verrückten Leuten hier. Äh, am besten ich würde da mit Detector herumgehen, aber hier ist was. Das ist ja mehr als offensichtlich. Aber das dauert mir einfach zu lange. Und hier. Auch Hyper-Pol. Naja, wenigstens sind sie so offensichtlich hier. Naja. 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 Es ist nach dem 6. Naja. Vielleicht hier oder hier. Jetzt gehe ich ja alles ab hier. Aber wir sind schon oben. Das ging aber schnell. Generell, das Spiel ist doch relativ schnell. Muss ich doch starten? Oh, willst du auch mal gegen Team Aqua kämpfen? Wir haben ja gehört, die sie möchten zum Püroberg. Und da ist ja schon der erste. Aber wir sehen uns hier zuerst um. Weil umsonst ist das sicher nicht hier. Äh, da vielleicht in der Mitte? Nein. Wo ist es dann? Da. Nix. Nix. Ist hier nix. Oh, ein Schuppert. Da fallen mir die Schuppen schon wieder aus den Augen raus, ja. So sieht's aus. Moritz, warum hast du Damage bekommen? Habe ich dich nicht geheilt oder sowas? Habe ich meine Pokémon nicht geheilt? Was bin ich für ein Trainer? Sag mir, was ich für ein Trainer bin. Ich zeige dir, was du für ein Trainer bist. Haha. Und wie unheimlich gruselig Team Aqua sein kann. Nachdem ich das, was unterhalb passiert ist, oder beziehungsweise wenn ich, nachdem ich diese Leute getroffen habe, das wird sehr schwer, das zu toppen. Rüppel mit Zubat. Oh mein Gott, ich hab's all. Taumeltanzer, du, ja, im letzten Part. Haben wir das hier gesehen und ich hab vergessen, das auf dieser einen Route nachzuholen. Das Item mit Handstern nur Zubat besiegt. Oh, jetzt sticht es hier. Oh, sehr verheilte Erfahrungspunkte. Zubat. Zubat. Naja. Was wird dich? Ach ja, heute. Na, heute. Für mich ist Dienstag. Heute. Und ja, ich musste heute wieder zur Uni. Muss ich eigentlich eh. Ich glaub, ein... Das wissenschaftliche Arbeiten, so eine Lernveranstaltung, habe ich ja, wo ich ja immer Gruppenarbeit machen muss. Da... Kommt vielleicht nur einmal dran, jetzt. Bis Ende des Semesters. Also diese Woche nicht mehr. Das wär... Vormittags Donnerstag. Aber eben diese Woche nicht mehr. Und eben der andere Termin ist eben das, was ich heute bekommen hab. Das ich heute gehabt hab. Und das war so ein Pro-Seminar. Oder? Oder nur Seminar? Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß da jetzt nicht. Ich hab da nichts noch überblickt. Und... Ja. Da ging's darum eben... Es heißt Berufslehrer. Das ist ja halt das... Erste, so gesehen, Pflicht, was man machen muss. Weil als Lehrer, Lehramt, muss man ja auch so welche Seminare abhalten. Beziehungsweise besuchen. Also nicht nur Fachliches. Also... Ja. Und ja, Berufslehrer. Was machen wir da? Das sag ich euch gleich. Und du glaubst wirklich, du bist der Stärke. Die mag... Was? Gewachsen! Kleiner? Ja, das glaub ich. Das glaub ich sehr wohl. Okay, okay. Schaut jetzt gar nicht so schlecht aus mit dem Leveln hier. Okay, jetzt kann Taro mal zeigen, was er kann. Und da hinten ist auch irgendetwas. Ist da irgendetwas? Na ja. So, was wollte ich ansprechen? Oh, Tink. Tink wollte ich ansprechen. Äh, ja. Ich wollte euch sagen, um was es da geht, Berufslehrer. Aber... Gleich. Was ist los mit dir? Was kann ein kleines Kind schon ausrichten? Wieso... Wieso... Wieso man die... Wie dumm sind die eigentlich? Das muss jetzt schon jeder von Team Aqua wissen, dass da ein Kind herumläuft, dass jeder Team Aqua, Rüpel und Vorstand und sogar den Boss fertig macht. Naja. Aber zurück wieder zu diesem Berufslehrer. Äh, ja. Da schauen wir uns... Eigentlich ist das so ein Einstieg, so gesehen. Höh, warum wir uns... Naja. Oh, du willst uns gegenüber treten, dann kriegst du... Naja, was... Ja, was haben wir heute zum Beispiel gemacht? So Diskussion geübt, weil da kann man sich doch drauf einstellen, dass man da doch viele Diskussionen führen muss. Und über das Thema, so... Kleidung. Also, so ein... Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. So ein... So ein Standard-Kleidung oder irgendwie sowas, was man als Lehrer tragen muss, so gesehen, um nichts an... Irgendwas zu verlieren. Ero, komm rein. An Autorität, ne? Und ja, das finde ich sowieso irgendwie so sinnlos alles, weil... Irgendwie... Irgendwie... Warum... Kann man sich... Warum macht man sich so Gedanken über das, wie man sich anzieht und wie sich die Leute anziehen? Ja, es gibt sicher... Wenn man jetzt... Wir haben da von irgendeinem... Ein Typ gehört... Eben in diesem Pro-Seminar... Der ist irgendwie so gekleidet wie ein Punk. Das ist mir eigentlich egal. Und soll das eigentlich nicht... Auch egal sein. Nicht nur mir, sondern der Gesellschaft. Weil ich glaube, das steht sogar im Lehrplan drinnen, dass man den Kindern, den Schülern, dass man die zu toleranten Menschen auf... Na, aufwachsen lässt, so gesehen... Ja, ziehen soll. Und wenn man sowas dann verbietet, nur weil ein anderen Stil hat oder sowas, finde ich das einfach nur widersprüchlich, dass man dann sowas macht. Nee, 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 nur Sakko oder irgendwie sowas. Und ja, das ist irgendwie... Bumm, ist zu stark. Viel zu stark war das, ja. Naja. Aber ich finde das einfach irgendwie so unsinnig. Du weißt doch gar nichts, wischst dich, wischst dich nicht in meine Sachen einig und sowas. Äh, nee, Taro kann noch. Der kann doch noch. Hey, ich kenne dich vom Schlattberg. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Nee, glaube ich nicht. Nee, nee. Okay, wieder zurück. Zurück, wo war ich denn? Naja, das ist... Über das haben wir heute diskutiert. Und geübt. Ja, es... So welche Eltern werden dir sicher begegnen. Und die dich dann auch so einschätzen, wenn du jetzt... Irgendwie wie ein Penner daherkommst. Ich werde das sowieso nicht machen, aber... Aber trotzdem, wenn sich ein Lehrer so anzieht, dann... Und beim Elternabend oder so, da stufen dich die Eltern dann immer so ein... Das ist... Nee, das ist... Der... Nee, nee, nee. Obwohl man eigentlich das den Kindern, den Schülern eigentlich nicht vermitteln soll, was die... Es sind nicht alle Eltern, die einen dann so einstufen oder in eine Ecke packen mit irgendwelchen anderen Menschen, nur durch das Aussehen. Das ist doch nicht das Ziel, was man den Schülern vermitteln soll. Ja, das ist irgendwie... Na, schon wieder von einem Kind besiegt. Naja. Ach, weil das spielt keine Rolle. Wir haben Zeit herumgeschlagen und der Boss muss den mittlerweile haben, was er besorgen wollte. Wir könnten ihn auch aufhalten, weil da oben sehen wir ihn schon. Ja, wir könnten ihn aufhalten mit unserem Pokémon und die Sachen klauen, die er gestohlen hat. Aber das macht unser Protagonist ja nicht. Weil, warum auch immer. Müssen wir gegen dich kämpfen? Ah, wie habe ich mit dir gesprochen? Keine Ahnung, ich spreche einfach. Nicht du schon wieder. Naja, du bist uns ja sehr schnell auf die Stur gekommen, ne? Naja, sehr schnell. Wie lange hast du eigentlich gebraucht? Letztens auf dem Schlottberg hast du ja... Oh, ja, ich gehe jetzt zum Pyroberg. Hast du verstanden, Kleiner? Okay, jetzt komme ich... Naja, irgendwie. Ja, aber es ist schon zu spät. Die rote Kugel, die sich oben auf dem Pyroberg befindet. Punkt, Punkt, Punkt. Ich, Adrian, sage, Sie gehört mir. Nein, mir. Mir gehört sie nicht, diesen fiesen Mark. Nee, nee, nee. Nur mich. Nur mir. Jetzt werden meine Visionen Wirklichkeit. Los, Mann, sieh auf den Grafitport City heißt unser Ziel. Das ist... Wie bekloppt sind die eigentlich? Beim nächsten Mal, wenn ich sie dann in Grafitport dann sehe, dann... Wie bist du denn hergekommen? Oh! Irgendwie ist das... Sie sind doch dumm einfach. Oh, nein! Das darf nicht wahr sein! Wie konnten Sie nur an die rote Kugel gelangen? Team Aqua! Das blaue Team! Warum haben Sie die rote Kugel geholt? Na ja, die blaue Kugel und die rote Kugel dürfen nie getrennt sein. Sie gehören zusammen! Gut, nehmt die verbliebene blaue Kugel an dich. Bitte folgt diesen Schurken und bring die Kugel zurück. Sieh. Sieh. Du kennst mich gar nicht, aber du gibst mir einfach die Kugel da. Die ist dir anscheinend nix wert, oder was? Ich glaube, du erzählst in der Geschichte, oder? Am Pyroberg liegen wir die Geister der Pokémon, die von uns gegangen sind, zur Ruhe. Von hier aus hat man einen Ausblick über die ganze Region von Höhen. Wirklich? Die körperlosen Geister der Pokémon finden hier ihre Ruhe. Weißt du, dass sie sich hier die Ruhe verschaffen können? Hast du das gewusst? Ruhe. Es ist Fügung, dass du jetzt hier bist. Möchtest du ne Geistergeschichte hören? Eine lange, sehr alte Geschichte der Höhenregion? Die werde ich vorlesen, aber es tut, weil das dauert mir zu lange. Wenn die wirklich so lang ist, naja, aber ich rede normal. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das ist normal lesen übrigens. Die Welt erbebte unter der Auseinandersetzung der Pokémon des Meeres mit dem Pokémon des Landes. Die Pokémon des Meeres erschufen hohe Wellen und tiefe Meeressbecken. Die Pokémon des Landes erschufen Berge und Kontinente. Das Duell wütete ohne absehbares Ende. Die Welt wurde von erwarmungslosen Stürmen und unglaublichen Infernus heingesucht. Die blaue und die rote Kugel setzten schließlich diesen Kampf ein Ende. Licht strahlte von den beiden Kugeln und beruhte die Kontrahenten. Woher die Kugel kommen, das weiß niemand. Die beruhigten Pokémon verbargen sich in den Tiefen des Meeres und der Erde und eines Tages verschwanden sie. Irgendein Abschluss nicht, oder? So, tschüss, ja, das war die Story, nein, einfach nur und so ist das Ende. Eigentlich ist das jetzt schon zu früh. Eigentlich ist das zu früh. Das mache ich dann, aber dann ist es jetzt nicht mehr so eine Überraschung. Wenn ich das jetzt dann dann als Verabschiedung sage, da unten ist sicher was. Naja, aber joa, ich gehe irgendwo hin, können wir von hier fliegen, fliehen, aber wirklich, die sind irgendwie so gaga im Kopf. Wirklich, dafür bohrt, so, wir müssen jetzt wohin, ich weiß doch nicht, oh, schade, warum habe ich denn so ein Kurzzeit gedächt, und die muss ich naja, aber 34 Minuten sind schon ein bisschen mache ich noch, obwohl ich glaube, so lang war die Geschichte nicht, da mache ich, da habe ich, da mache ich, da werde ich das eigentlich jetzt nichts bieten, wenn das nicht so lange war, aber das können wir ja noch machen. was was hier los Captain Brick sagt sie hat ein ad was auf dem Meer ist kundedekt ich frage mich was das wohl ist was könnte das sein ich habe glaub es wäre ein berühmter star dann hätte ich mir ein autogramm geben lassen aber wer wird denn da interviewt ist das nicht Captain Brick ich weiß doch nicht ein tv interview ja der kapitän ist ein star bist du der Vater von Xelia übrigens hört sich so an hey nimmst du mich auf komme ich jetzt in serzen man die interviewerin ist so cool und so hübsch wenn ich groß bin werde ich ein berühmter und weltberühmter journalist ok was ist denn hier los hat Captain Brick etwa ein riesen fisch von Meeresgrund mitgebracht den muss ich gleich fressen weil ich bin ein Koch und ein fetter Koch sogar noch und deswegen muss ausgerechnet ich sowas sagen na Captain Brick ja genau wir haben vor unsere Expedition weiter vorzuführen das ist so wunderbar Captain Brick vielen vielen Dank dass sie trotz ihres vollen Terminkalenders habt ihr gehört voller Terminkalender und wir konnten ihn trotz der mitkampion oh mein Gott danke dass sie Zeit für uns hatten wir hoffen sie bald wieder zu wir kommen vor und weg zum neuen aufregenden funden interview zu dürfen hoffentlich musste ja auch mal wieder sein die hat eine stimme drauf das war das erste mal dass ich für eine Fernsehsendung geinterviewt wurde ich war vielleicht nervös ich übrigens habe ja auch schon einen auftritt gehabt nur so dieser ort der tv-sender von diesem ort beziehungsweise dieser gemeinde so gesehen und ich kann mich noch erinnern wo ich noch ganz klein war aber wirklich ganz klein naja ganz klein auch wieder nicht ich war im fußballverein früher und da haben sie uns mal interviewt und da war ich auch dabei hm so frühe erfahrungen habe ich schon vor der kamera naja oh see wie gut dass du da bist wir haben bei unserer letzten tiefseeexpedition eine großartige entdeckung gemacht wir haben auf der route 128 128 eine unter das wasserhöhle entdeckt das natürlich strengste geheim ist wir glauben es ist die höhle eines pokémon das schon lange ausgestorben ist habt ihr das gehört ich hab mich weiter doch das ist alles strengstens geheim captain brigg nehme ich an wir von team aqua werden das u-boot in unsere gewalt nehmen eure einwände sind bedeutungslos wir erwarten absolute kooperation mal sehen was hier zu den plänen von team aqua sagt wir sind team aqua ja oh was was soll das ganze sieht aus als benutzt jemand ein megafon mega fohn braucht man dafür einen megastein oh mein gott wo kommt das her das kommt von der anlegestelle das u-boot jemand versucht es zu stehlen ich check es jetzt obwohl er es vor ein paar minuten erklärt hat oh mein gott sebi bitte komm mit ok ok schnellsten sinn nein ok ich darf mich bewegen die schlägertypen das sind die gleichen typen die versucht haben die dämmenware aus dem misier um uns zu zu stehlen da müssen wir jetzt schnell hin du tust mir so was von leid all die mühe nur mir vom pürerberg bis hierher zu verworlen wie hast du das übrigens geschafft warum weißt du dass wir hier sind und nun niemand kann uns stoppen niemand oder willst du uns etwa in unser Versteck in segras sol ziti folgen was ist das das ist doch was von bekloppt warum konnten die entwickler nicht anders oder warum sind die alle bekloppt im kopf oder was warum warum sollte team aqua mein tiefseeforschungsboot eins stehlen wollen sie können doch nicht entweiter dem schlafenden pokémon am meeresgrund her sein hat das jeder gehört das ist strengstens geheim selbst wenn ich sie verfolgen würde ich hätte keine chance gegensee nicht einmal mir sagen kannst du das übernehmen nein einfach da stehen ok ich glaube es ist genug gaga hier für heute ich lese mir übrigens das heute noch durch nur dass ich so sage das wollte ich eigentlich auch ansprechen und weil ich es gerade sehe wir waren ja im friedhof und das dieses leibchen das hat auch jetzt schon seine zeit hinter sich warum fragt ihr euch seht euch das an seht ihr dieses große loch hier ja das ist mit einfach zu groß geworden deswegen lass ich einfach die haben ja das wollte ich auch ansprechen jetzt habe ich sie jetzt spreche ich auch an das ist so ein geiler manga liar game falls jemand so auf psychospiele steht ist das 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 richtige aber falls jemand so auf volle action nee nee das ist ja so textlastig und so ich betrüge dich nein ich betrüge dich und so und so die giganten gigantengänge ja keine ahnung ja wie es ausschaut gehen wir im nächsten Part zum streng geheimen versteck und das war's Joe ja 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 Amen.